Bisher wissen wir, dass Senior Chief Kelly der dritte Navy SEAL ist, der angegriffen wurde. Drei der Täter sind tot. Seine Frau wurde ebenfalls ermordet. Die sollten hoffen, dass er nicht überlebt. Warum? Er ist gefährlicher und effektiver als jeder andere Mann, den wir haben. Sie haben mir alles genommen. Und Salud! Ausländische Angriffe auf amerikanischem Boden? Wir müssen reagieren. Ich bringe das in Ordnung. Da ist etwas in mir, das ich nicht ausblenden kann. Ein Teil von mir, der sich nicht aufhalten lässt. Keine Gnade. Ist Ihnen nicht der Gedanke gekommen, dass John Kelly etwas getan hat, das uns verwehrt ist? Manche Situationen erfordern eine kreative Herangehensweise. Ich will einen Namen! Du solltest eigentlich tot sein. Ich will den Namen! Ich will den Namen! Und ich will den Namen! Vielen Dank.